Hallo und herzlich willkommen zum Thea Podcast. Mein Name ist Dothia Leinung, ich bin ganzheitliche Ärztin, Hypnose-Therapeutin, Gesundheitsmentorin und deine Gastgeberin. In der heutigen Episode geht es um eine Erkrankung, von der viele Millionen Menschen weltweit betroffen sind und bei der sich leider noch immer das Gerücht hartnäckig hält, dass sie nicht heilbar sei. Die Rede ist vom Tinnitus, also dem gemeinen Ohrgeräusch im wahrsten Sinne des Wortes. Dass die Tinnitusbeschwerden sehr wohl zum Verschwinden gebracht werden können und wie das möglich ist, erfährst du in dieser Folge. Ich gehe dabei sowohl auf die Entstehung des Tinnitus ein, als auch auf die verschiedenen ganzheitlichen Behandlungsansätze. Außerdem erfährst du, welche machtvolle Wirkung die Hypnose als therapeutisches Verfahren gerade auch beim Tinnitus hat. Ich selbst wende die Hypnose sehr erfolgreich bei meinen Klienten mit Tinnitus an und bin sehr begeistert von den phänomenalen Erfolgen. Wenn du also auch an einem Tinnitus leidest, dann empfehle ich dir definitiv einmal die Hypnose auszuprobieren. Mit dem Jägercode einer speziellen Hypnose-Technik ist es sogar möglich, diese auch online, also auf Distanz zum Beispiel per Zoom durchzuführen. Probier's mal aus. Termine für unverbindliche Vorgespräche kannst du über meine Website dorothealeinung.com vereinbaren. Die heutige Episode ist übrigens eine Stift- und Zettelfolge. Es lohnt sich also, was zu schreiben dabei zu haben. Bis gleich. Hi und schön, dass du da bist. Heute geht es also um den Tinnitus, eine Erkrankung, von der in Deutschland ca. 11 Millionen Menschen betroffen sind. In den USA sind eine Schätzung zufolge wohl 40 bis 50 Millionen Menschen. Tinnitus wird von einem Patienten als nervenaufreibender Dauerton in Form von Pfeifen, Brummen, Surren, Klingeln oder auch als Rauschen wahrgenommen. Er kann ein wenig beachteter, ständiger Begleiter, also ein sogenannter kompensierter Tinnitus sein, aber auch so dominant, dass er den Schlafrauben zu Depressionen führen und quälende Ängste verursachen kann. Und das ist dann die dekompensierte Form. Sprechen wir erstmal über den akuten Tinnitus. Ganz kurze Ohrgeräusche, die nach einigen Sekunden oder wenigen Minuten von alleine wieder abklingen, werden als normal angesehen und sind eigentlich kein Anlass zur Sorge. Ein über mehrere Stunden anhaltendes Ohrgeräusch ist aber ein Warnzeichen des Körpers. Und wenn der Tinnitus länger als 24 Stunden andauert, dann sollte man genauer hinschauen. Die Spontanheilungsrate des akuten Ohrgeräusches gilt grundsätzlich als sehr, sehr hoch. Allerdings ist das Ergebnis natürlich besser, je früher man behandelt. Deswegen sollte dann der erste Weg auch zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt führen, der eine genaue Befragung zum Ohrgeräusch und auch eine körperliche Untersuchung durchführt. Im harmlosesten Falle steckt hinter dem Ohrgeräusch ein tiefsitzender Ohrschmalzpfropf, der das Trommelfell an seiner freien Schwingung hindert und den der HNO-Arzt leicht entfernen kann. Tinnitus kann aber auch als Medikamentenwirkung auftreten, zum Beispiel im Rahmen einer Antibiotika-Einnahme, wie zum Beispiel bei Claritomycin oder wenn du Blutdrucksenker wie Beta-Blocker oder Diuretiker einnimmst, Antidepressiva wie Amitriptylin oder Serotonin wie der Aufnahmehemmer. Oder auch, wenn du Aspirin in deiner Medikation hast. Deshalb bitte immer Vorsicht auch bei Dauermedikationen. Gegebenenfalls solltest du mal schauen, wenn du den Verdacht hast, dass ein bestimmtes Medikament dein Ohrgeräusch verursacht, dass du mit deinem Hausarzt mal sprichst und dieses unter Verdacht stehende Medikament entweder austauschst, reduzierst oder ausschleichst. Aber bitte, wie gesagt, immer in Rücksprache mit deinem behandelnden Arzt. Auch der Morbus Meniere geht mit einem Tinnitus einher. Dieses Krankheitsbild ist durch anfallsweises Auftreten von heftigen Drehschwindel, einseitigem Hörverlust in den tiefen Frequenzen und eben auch Tinnitus gekennzeichnet. Grund dieser Erkrankung ist ein Überdruck in der Gehörschnecke des Innenohres. Und auch damit solltest du am besten zu einem Hals-Nasen-Ohrenarzt gehen. Häufige Auslöser von Ohrgeräuschen sind darüber hinaus auch Knalltraumata, also zum Beispiel Westerböller oder auch Lärmschäden, zum Beispiel laute Musik. Und man muss sagen, insbesondere die Nutzung von diesen In-Ear-Kopfhörern, die den Gehörgang praktisch komplett abdichten, ist riskant. Denn die hohen Schalldrücke können die empfindlichen Hörsinneszellen, also die Haarzellen des Innenohres, beschädigen, indem sie sie geradezu aus ihrem Zellverband herauskatapultieren oder es zu einer Gefügestörung des Stützapparates kommt. Oft verbleibt danach eine Überaktivität des verbleibenden Haarzellrestes oder so eine Art Nachklang, was sich dann eben als Dauerton bemerkbar machen kann. Daneben spielen aber auch durch Blutungsstörungen bei der Entstehung eines Tinnitus eine besondere Rolle, denn Haarzellen verfügen über keine eigene Blutversorgung, sondern erhalten ihre Versorgung über Diffusion aus dem umliegenden Gewebe. Dadurch reagieren diese Zellen natürlich sehr empfindlich auf Unterversorgung und Sauerstoffmangel. Insbesondere dann bei so Grunderkrankungen wie Bluthochdruck, Atherosklerose oder auch Fettstoffwechselstörungen kann es dann schnell zu Versorgungsengpässen der Sinneszellen und damit eben auch zu einem Tinnitus kommen. Was kannst du denn jetzt machen, wenn du Tinnitus hast? Also in der Akuttherapie werden im Wesentlichen zwei Ansätze verfolgt. Zum einen wird geschaut, dass man mittels Medikamenten die Hörsinneszellen regeneriert und zum anderen ihre Sauerstoffversorgung verbessert. Der akute Tinnitus wird dabei medikamentös wie ein plötzlicher Hörverlust, also wie so ein Hörsturz behandelt. Und zum Einsatz kommt hier in erster Linie die Infusionstherapie. Hier spielt der Faktor Zeit eine ziemlich wichtige Rolle. Das heißt also, je früher die Behandlung beginnt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit eines Erfolges. Und zum Einsatz kommt hier in der Regel eine kurzzeitige Kortisontherapie, um die entzündungshemmenden und abschwellenden Eigenschaften zu nutzen und so den Haarzellen wieder auf die Sprünge zu helfen. Wirkstoffe, die die Fließeigenschaften des Blutes verbessern oder zu einer Entspannung der Blutgefäße führen sollen, werden übrigens Mangelswirksamkeit nicht mehr empfohlen. Das hat man früher ganz viel gemacht, aber inzwischen hat man festgestellt, dass das nichts bringt. Also lässt man das sein. Kommen wir zur nächsten Therapieform, der hyperbaren Sauerstofftherapie. Was ist das? Die hyperbare Sauerstofftherapie ist ein Verfahren aus der Tauchmedizin. Hierbei atmet der Patient 100%igen medizinisch reinen Sauerstoff. Und dies geschieht nicht einfach so, sondern in einer Druckkammer mit einem erhöhten Umgebungsdruck. Dadurch kann sich nämlich mehr Sauerstoff im Blut lösen, als es unter Normalbedingungen möglich wäre. Und so verbessert sich, und das haben inzwischen einige Studien bestätigen können, die Sauerstoffversorgung der Haarzellen in der Tat und reaktiviert deren Funktion. Da diese Therapieform allerdings noch nicht Eingang in die allgemeinen Behandlungsleitlinien gefunden hat und sie über dies auch noch sehr kostenintensiv ist, bezahlen viele Krankenkassen die hyperbare Sauerstofftherapie nicht. Deshalb ist es wichtig, dass du, bevor du diese Therapie machst, vorher mit deiner Kasse über die Kostenübernahme sprichst und das klärst. Außen ist wichtig zu erwähnen, dass für Patienten mit Herz-Lungen-Erkrankungen, Epilepsie oder schweren Belüftungsstörungen des Mittelohrs das Verfahren nicht geeignet ist. Aber zur Abklärung mit weiger Vorerkrankungen wird am Druckkammerzentrum vor Beginn dieser Therapie sowieso immer erstmal auch eine Eignungsuntersuchung durchgeführt, um so eben rauszukriegen, ob es da irgendwas gibt, was eventuell gegen diese Therapieform sprechen könnte. Kommen wir einmal zum chronischen Tinnitus. Wenn das Ohrgeräusch länger als drei Monate besteht, dann spricht man von einem chronischen Tinnitus. Wenn ein chronischer Tinnitus vorliegt, dann ist es ganz besonders wichtig, eine möglichst ganzheitliche Ursachensuche zu betreiben. Das heißt, da sollte man am besten in alle Richtungen schauen, was man tun kann, um die Symptome zu lindern. Zum Beispiel kann es Sinn machen, sich mal seine Ernährung kritisch anzuschauen und zu prüfen, ob eine Ernährungsumstellung Sinn macht. Das heißt, schau dir ruhig mal ganz bewusst an, was du deinem Körper tagtäglich so zuführst. Weil solche Sachen wie Zucker, frittiertes, Fertiggerichte, tierische Produkte und so weiter, das sind alles Dinge, die deine Mitochondrien und damit deine Energiekraftwerke auslaugen und zu verstärkten Entzündungsprozessen im Körper führen. Und das kann letztlich auch einen Tinnitus begünstigen. Denn Entzündungsbotenstoffe, allen voran die Prostaglandine der Serie 2, wer es ganz genau wissen will, verengen die Blutgefäße, verstärken die Blutgerinnung und intensivieren auch die Schmerzvernehmung. Durch diese Effekte kann es dann zu einem reduzierten Blutfluss innerhalb der Kapillaren des Innenohrs und somit dann auch zu Ohrgeräuschen kommen. Eine antioxidantienreiche Ernährung mit guten Fetten und möglichst frei von tierischen Produkten und Zucker kann daher deutlich dazu beitragen, dass sich auch ein chronischer Tinnitus bessert. Mal ganz abgesehen davon, dass sich das Wohlbefinden durch eine gesündere Ernährung natürlich auch wunderbar steigern lässt. Die Natur bietet hier glücklicherweise alles, was dafür erforderlich ist. Nahrungsmittel wie grünes Blattgemüse, Avocados, grüner Tee, Nüsse, hochwertige Fette und Öle, Wildpflanzen wie Brennnessel, Löwenzahn und Girsch sowie Beeren, Granatapfel und Weintrauben sind mega, weil sie nämlich reich an natürlichen Antioxidantien sind und sich sehr gut für eine anti-entzündliche Ernährungsweise eignen und damit effektiv viele freie Radikale wegfangen. Aber auch Gewürze wie Oregano, Gewürznelken, Kurkuma, Ingwer und Zimt enthalten wirksame Antioxidantien und können so entzündliche Prozesse wirksam abmildern. Neben der Ernährung gibt es aber auch noch orthopädische Probleme, die einen Tinnitus begünstigen können. Das heißt, wenn du die orthopädischen Sachen in den Griff bekommst, kannst du damit auch den Tinnitus loswerden. Denn Blockadenfehlstellungen, Verspannungen oder Verletzungen im Bereich von Halswirbelsäule und Kiefergelenk sind eine recht häufige Ursache für die Entstehung von Ohrgeräuschen. Das liegt unter anderem daran, weil du zwischen Kieferwirbelsäule und Innenohr eine enge anatomische Beziehung hast. Und wenn du hier Muskelverspannungen hast oder Verschleißerscheinungen, dann kann das die Funktion und Durchblutung der Hirnnervenkerne des Hör- und Gleichgewichtszentrums beeinflussen und so auch einen Tinnitus auslösen oder verstärken. Manchmal kommt es zum Beispiel nach einer Zahnentfernung zu einer Fehlbeanspruchung des Kiefergelenks. Und das kann dann zur Ausbildung einer sogenannten Kranio-Mandibulären Dysfunktion, kurz CMD, führen. Deren Symptome sind vielfältig und neben Schwindelgefühlen, Kopfschmerzen, Panikattacken und Lichtempfindlichkeit gehört auch der Tinnitus dazu. In Deutschland sind nach Schätzungen ca. 7 Millionen Menschen von einer CMD betroffen. Also eine ganz schöne Hausnummer. Und hier kann zum Beispiel der Kieferorthopäde, ein geschulter Zahnarzt, aber auch ein erfahrener Chiropraktiker weiterhelfen. Manchmal reichen schon gut angepasste Beisschienen aus, um das Problem zu lindern. In anderen Fällen braucht es mehr. Neben diesen körperlichen Dingen gibt es aber natürlich auch noch die psychoemotionale und mentale Seite, die beim Tinnitus eine enorme Rolle spielt. Viele Menschen verarbeiten nachts die Belastungen ihres Alltags bzw. beißen tagsüber buchstäblich die Zähne zusammen, um Schwierigkeiten im Berufs- und Privatleben zu meistern. Dies führt dann oft zu Muskel- und Knochenschmerzen, nervöser Unruhe, Abgeschlagenheit, depressiver Verstimmung und eben auch Ohrgeräuschen. Daher steht neben der Korrektur von orthopädischen Fehlhaltungen auch die Stressreduktion und die bewusste Lösung von Muskelverspannung im Vordergrund. In diesem Zusammenhang kommt dem Biofeedback eine besondere Bedeutung zu. Beim Biofeedback lernt der Tinnitus-Patient seine Muskulatur sehr bewusst und ganz gezielt zu entspannen. Und der Erfolg wird ihm mithilfe eines elektronischen Gerätes über optische oder akustische Rückmeldung direkt angezeigt. Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor auf das chronische Ohrgeräusch ist eine starke psychoemotionale Belastungssituation. Damit ist bei weitem nicht nur klassischer Stress im Sinne einer beruflichen Überforderung gemeint, sondern auch Herausforderungen im Privaten, psychosoziale Spannungen im direkten Lebensumfeld und unverarbeitete Konflikte aus der Vergangenheit des Betroffenen. Und dazu kommt natürlich noch der Stress, den der Tinnitus selbst verursacht. Und zwar insbesondere dann, wenn der Patient seine Aufmerksamkeit von dem Ohrgeräusch gar nicht mehr abwenden kann, sondern die Auseinandersetzung damit irgendwann sogar zum Lebensinhalt wird. Der Abbau dieser seelischen Spannungen ist der Schlüssel zur Kompensation eines Tinnitus. Und damit raus aus dem Teufelskreis mit dem belastenden Ohrgeräusch hin zu einem subjektiv nicht mehr störenden Begleiter. Erfreulicherweise kann der Betroffene selbst hierzu enorm viel beitragen. Die Eigenarbeit ist sogar ausschlaggebend für den Erfolg. Und es gibt diverse Entspannungstechniken, um innere Ruhe zu finden. Zum Beispiel autogenes Training, Meditation, Tai-Chi, progressive Muskelrelaxation nach Jakobsen, Yoga, positives Denken, Klangtherapie und, und, und. Und dabei ist wichtig, nicht die Methode ist letztlich so entscheidend, sondern dass der Betroffene sie aktiv und auch mit Leidenschaft praktiziert. Und das hat sich inzwischen auch in Studien gezeigt. Es macht daher Sinn, sich mit den verschiedenen Möglichkeiten mal auseinander zu setzen und die individuell passendste Methode für sich dann anzuwenden. Denn gelingt es, die innere Balance wiederherzustellen, dann verschwinden oft auch die Folgesymptome und damit letztlich die belastende Wahrnehmung des Tinnitus. Gelingt den Betroffenen auf diesem Wege die Kompensation des Tinnitus nicht, so wird Hilfe von außen benötigt. Die beste Wirksamkeit ist für die kognitive Verhaltenstherapie, kurz KVT, nachgewiesen. Mit dem Begriff Kognition sind all unsere Gedanken, Grundüberzeugung, Einstellung und Bewertung gemeint. Und die Kernidee der KVT ist, dass nicht die äußeren Ereignisse entscheidend für das Verhalten eines Menschen sind, sondern seine subjektive Bewertung dieser Ereignisse. Unser Denken bestimmt also unser Fühlen, unser Verhalten und unsere körperlichen Reaktionen. Mithilfe der kognitiven Therapie können verzerrte oder übersteigerte Wahrnehmungen bewusst gemacht und korrigiert werden. Eine besondere Therapieform, die die KVT als wichtigen Bestandteil hat, ist die Tinnitus Retraining Therapie, kurz TRT. Diese ist ein dreistufiger Prozess zur Tinnitusbewältigung. Im ersten Schritt, Tinnitusberatung, lernt der Patient, dass chronischer Tinnitus keine Erkrankung des Ohres ist, sondern aus der Fehlverarbeitung von Hörimpulsen im Gehirn entsteht. Der zweite Schritt ist die gerätegestützte Hörtherapie. Dem Patienten wird durch ein Habituationstraining geholfen, sich an das Ohrgeräusch zu gewöhnen. Hierbei werden auch spezielle Hörgeräte, sogenannte Neuser, eingesetzt, die ein Rauschgeräusch erzeugen, das den Tinnitus ganz oder teilweise verdecken soll. Und der dritte Schritt ist eine psychotherapeutische Begleitung und Entspannungstherapie. Ein neuerer Behandlungsansatz ist die Neuromusiktherapie. Forscher des Deutschen Zentrums für Musiktherapie in Heidelberg haben hier eine sogenannte Summentherapie entwickelt. Dem liegt die Theorie zu gründen, dass die Tonhöhe eines Ohrgeräusches meist einer Frequenz entspricht, die die Betroffenen aufgrund eines HZ-Schadens nicht mehr wahrnehmen können. Die fehlenden Signale des Innenohrs kompensiert unser Gehirn, indem es diese Tonwahrnehmung dann selbst erzeugt, wodurch dann der Tinnitus entsteht. Bei der Summentherapie lernen die Patienten die Untertöne ihres Ohrgeräusches zu summen. Dadurch wirken sie der Fehlwahrnehmung im Gehirn entgegen, indem sie sie mit dem selbst erzeugten Ton überschreiben. Kombiniert wird dieses Verfahren mit effektiven Entspannungstechniken und man muss sagen, die Ergebnisse überzeugen. Denn in einer der Studien zeigte sich bei 80 Prozent der Studienteilnehmer eine deutliche Besserung des Tinnitus und bei immerhin 8 Prozent war sogar ganz verschwunden. Für die Forscher war außerdem besonders überraschend, dass sich mit Beginn der gezielten Musiktherapie auch das Gehirn der Teilnehmer veränderte. Also im Areal für die Gehörverarbeitung verdichtete sich nämlich das Nervengewebe. Es wuchsten durch das Summen also offenbar die Zellen nach, die infolge des Tinnitus untergegangen waren. Dieser Effekt hielt langfristig an und konnte auch drei Jahre nach der Therapie noch nachgewiesen werden. Also ziemlich beeindruckend. Darüber hinaus gibt es noch eine weitere sehr wirksame Methode, um den Tinnitus entweder deutlich leiser zu drehen oder sogar ganz loszuwerden. Die Rede ist von der Hypnose. Wenn du mir schon etwas länger folgst, dann weißt du, was für ein mega Fan ich von der Hypnose bin. Das liegt vor allem daran, weil ich täglich die phänomenalen Erfolge bei meinen Klienten sehe und mich nicht nur die Wirksamkeit jedes Mal wieder aufs Neue umhaut, sondern auch die schonende Art und Weise und die Nachhaltigkeit. Denn anders als bei einem Medikament, wo du nach dem Absetzen ja oft in den Rebound kommst und das alte Problem schnell wieder da ist, hast du bei der Hypnose tatsächlich dauerhaft das Thema beseitigt, wenn du es erst einmal aus der Welt geschafft hast. Und das bedeutet, dass du eben nicht wie bei vielen anderen Therapieformen Monate oder Jahre lange deinen Beschwerden arbeiten und herumdoktern musst, sondern nach im Schnitt so zwei bis fünf Sitzungen spätestens damit durch bist. Wir sprechen hier von einem Zeitraum von nicht einmal sechs bis acht Wochen. Also mega schnell. Und wir kommen mit der Hypnose an Dinge heran, an die du in anderen Therapieformen meist nicht rankommst, weil du dort eher zu sehr im Außen bist, beziehungsweise hinsichtlich des Entspannungsgrades gar nicht so tief ins Innere kommst, um auch uralte Verletzungen zu beseitigen. Mit der Hypnose kannst du das aber. Und das Schöne ist, dass du dafür noch nicht mal weit fahren oder gar deine Wohnung verlassen musst. Du kannst das ganz bequem von zu Hause aus machen. Denn mit dem Jägercode, einer Hypnose-Technik, die auch online oder sogar telefonisch funktioniert, kannst du das tatsächlich einfach von deiner Couch zu Hause aus machen. Und ich habe auch deshalb so ein Faible für den Jägercode, weil er keine Retraumatisierung verursacht. Also der Jägercode arbeitet nicht aufdeckend. Das heißt, du brauchst weder zu wissen, welches Trauma hinter deinen Beschwerden steckt, noch musst du noch einmal dort hineingehen oder darüber sprechen. Durch diese Technik werden die Auslöser automatisch gefunden und ganz diskret beseitigt. Und ich persönlich mache es dann auch immer so, dass ich in den Jägercode-Sitzungen meinen Klienten noch einen kleinen Glücksanker gebe und auch noch spezielle mentale Heilungsimpulse Sätze, die die Resultate aus unserer Session weiter konsolidieren. Damit hast du dann ein starkes Fundament, das auch nach der Sitzung noch weiter fortbesteht und von dir selbst auch noch weiter ausgebaut werden kann. Also, du merkst schon, ich bin ein totaler Fan von der Hypnose und speziell dem Jägercode. Unter anderem deshalb, weil er so universal einsetzbar ist, nach meiner Erfahrung sehr, sehr gut speziell auch beim Tinnitus hilft und eben eine so schonende Methode ist. Und wenn dich das neugierig gemacht hat, dann geh gern mal auf meine Seite www.dorothealeinung.com und vereinbare deinen Termin für ein persönliches und unverbindliches Erstgespräch, in dem du mir deine aktuelle Herausforderung schildern kannst und wir herausfinden, wie ich dich am besten unterstützen und begleiten kann. So, ich hoffe, dass dir die heutige Folge einen guten Überblick über die Entstehung und auch die Behandlungsmöglichkeiten des Tinnitus gegeben hat. Und wenn du Fragen dazu hast, dann schreib mir gerne auf Instagram unter at drmedorothealeinung oder auch auf YouTube im Kommentarteil. Und ansonsten wünsche dir einen fantastischen Tag, wo auch immer du gerade bist. Und vergiss nicht, du bist göttlich, deine Doro. Deine Doro Vielen Dank.